Also, ohne Externe. Was hat ein Kongress? Sie versuchen sich in eine freie... Ich habe ein Kongress, ich müsste doch ein Bedürfnis haben. Ich müsste ein Bedürfnis haben, dass die Sache dafür nicht vielfältig ist. Nichts gegen die Verfassung. Wieso? Was haben Sie für Probleme? Vertreter der NLZ sind auch um 14.15 Uhr gebeten worden, mit der NLZ verlassen, weil sie halt dieses nicht rechtzeitig angemeldet hatten. Ja, das würde auch ausreichen, nur das würde auch ausreichen, um nicht weiterzulesen. Nee, Sie sind von der Ratsche oder der Ratsche? Nee, also, für diese Tatsache würde auch ausreichen, um zu schweigen und zu sagen, die Verhandlung ist zu Ende, das reicht. Was will man noch erzählen? Aber jetzt zu dem anderen Punkt. Was heißt MRP? Ah, pardon. Ich habe, wir haben noch geschafft, die komplette Rede von Barcelli, haben wir. Auf Georgiosus L lang, glaube ich, 18 Seiten, glaube ich. Originalrede. Was ist der? Rüdiger Barcelli. Rüdiger Barcelli? Der wird Barcelli sein. Wie? Barcelli ist sein Familienname. Aus der Türkei, also er kommt also. Ist der Leitwolf, der jetzige Leitwolf. Der Spitzenfunktionär. Richtig. Vor allem, der Leitwolf, der Grauen Wölfe. Ja, dafür. Da. Und der hat aber eine brennende Rede gehabt. Diese Rede haben die auch komplett mit, also ungekürzt, original. Die Übersetzung dieser Rede würde aufreichen, um wieder zu schweigen. Und zu sagen, noch kommen mit. Nein, das ist, ich sage das, ich sage das auch nicht, das ist Tatsache. Dass die ganze Gesellschaft, nicht nur die Medien, dass die ganze Gesellschaft auf den rechten Augen blind ist. Das will man über die Geschichte von MRP, gut. Aber, ich finde es schade, MRP, Graue Wölfe, Frau Wölfe, Kommandorin. Der Satz, der Satz, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ich weiß nicht, warum dieser Satz historisch stammt. Ich glaube, von einer sozialischen Jungenorganisation aus Österreich. Hatte ich irgendwo mal. Also, ich weiß nicht. Aber der Satz ist wirklich, er sagt eigentlich alles. Das ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Und die Geschichte des Faschismus ist richtig groß. Das ist eine richtige Losung. Aber, wenn wir den Faschismus verurteilen, oder, das Wort bekämpfen will, formuliere ich jemanden vorsichtig, aber verurteilen wollen und dagegen eingehen wollen, reicht es auf jeden Fall nicht aus, den Faschismus lediglich moralisch zu verurteilen. Den Faschismus, also diese menschenverartende Ideologie moralisch zu verurteilen, das wird zu hoch gemacht. Und das ist meiner Meinung nach ein Denkfehler. Moralisch zu verurteilen bringt nichts, bringt keinem was. Wir sollten eher versuchen zu verstehen, welche gesellschaftliche Entwicklung sich dahinter verbergen und die Bedingungen ihm und diese Idee hervorbringen. Welche Kräfte diese machen schaffen und diesen Faschismus unterstützen und welche Rolle der Faschismus heute spielt und welche Rolle der Faschismus in Zukunft spielen wird. Um das zu verstehen, müssen wir aber in die Vergangenheit zurückkommen. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, den Faschismus, auch der Mapeo der Grauen Wörfe, oberflächlich uns anzuschauen, sondern diesen gesellschaftlichen Kontext zu begreifen. Und den Satz, ich weiß nicht, wo ich den ja geschnappt habe, Wer nicht aus der Geschichte lehrt, ist verflucht, die Geschichte zu wiederholen. Und das ist eine Tatsache. Das ist eine historische Realität. Wer aus der Geschichte nicht lehrt, ist verflucht, die Geschichte zu wiederholen. Das heißt, es gibt, eigentlich möchte ich heute nur die historischen Wurzeln analysieren oder mit euch besprechen. Wenn wir diese historischen Wurzeln nicht verstehen, können wir auch die Mapeo und die Grauen Wörfe nicht verstehen. Die Grauen Wörfe existieren nicht seit zwei Jahren, fünf Jahren oder seit dieser Friedensdämon. Und die Grauen Wörfe zu analysieren, heißt, dafür ist es unumgänglich, die türkische Geschichte bis zur Bewegung der sogenannten Jungtürken in der Zeit der Jahrhundertenwende sich vor Augen zu halten. Das heißt, wir müssen ansetzen, in der Zeit, wo das Osmanische Reich auseinanderbricht oder zerbricht. In dieser Zeit gab es die sogenannte Jungtürkische Bewegung, nachher hießen die, Jungtürken, Jungtürken. Die haben schon damals angefangen, einen entscheidenden Einfluss auszuüben in der Phase des Ausuntergehens und Ausunterbrechens des Osmanischen Reiches. Und viele Historiker vergessen auch zu erwähnen, dass der spätere Gründer der Rablück-Türkei, Mustafa Kiamat Atatürk, auch in der Jungtürkischen Bewegung war. Diese Jungtürkische Bewegung oder Jungtürkische Bewegung, oder bestrebt quasi die Reste des Osmanischen Reiches, was noch übrig bleibt, zusammenzuhalten. Aber was war das Ziel der Jungtürken, und zwar zum ersten Mal, das ist jetzt was Historisches, da hat zum ersten Mal die sogenannte Zwangsassommation angefangen. Und die Idee einer Zwangsassommation, einer Zwangsassommation aller im damaligen Gebiet lebenden Völker, das heißt, spricht die Rösierung aller Armenier, Araber, Bulgaren, Korn und andere Völker, die auf dem Gebiet leben. 1908 kam die Jungtürkische, oder die Jungtürkische Bewegung an die Macht. Das wird auch sehr oft vergessen, in der Geschichte, oder in der europäischen Geschichte, wenn man über die Geschichte der Türkei spricht. In der europäischen, ich habe auch als Abiturfachleistungskurs Geschichte gehabt, wenn man über Türkei spricht, da ist es einmal Osmanisches Reich, und offenbar kommt Jesu Gebot, 1923, Rund der Rund der Türkei. Und was war dazwischen? Darauf geht man grundsätzlich auch in den Presse und in die öffentlichen Diskussion nicht ein. Hier kam es dazu, aber was gab es dazwischen? Es gab doch eben, ne? 1908 übernimmt die Jungtürken mit dem Ziel, der Zwangsassimilierung, zum ersten Mal, eine Zwangsassimilierung, da ist es erwähnenswert, an die Macht, und ein Jahr darauf, oder dreiviertel Jahr darauf, 1909 standen, wurde dann beseitigt, die sogenannte Organisationsfreiheit für Minderheit. Und aus manchem Reich gab es kein Organisationsverbot für Minderheit. Zum ersten Mal, 1909, nochmal, die haben das Ziel gehabt, eine Zwangsassimilierung, schon mit ihren Gründern. 1909, Organisationsfreiheit für Minderheit im Nachgeschäft. Und viele denken, die türkische Sprache wurde zur offiziellen Sprachen mit Gründung der Republik Türkei 1923. Das ist auch ein historischer Denkwieder. Das ist ein historischer Denkwieder 1909. Wurde die türkische Sprache zur offiziellen Sprachen. Auf allen Verwaltungssebenen. Erst mit dieser Basis wurde die Verbreitung des, das heißt auch in der Literatur, ich sage es auch so, Humanismus ermöglicht oder begünstigt. Das heißt, mit dieser Politik der Zwangsassimilation von Minderheiten wurde der Grundstein gelegt für die Verbreitung des Turanismus. Was heißt Turanismus? Also wir haben aber jetzt den Begriff der Jön-Türk oder Jung-Türken. Jetzt kommt dieser Begriff des Turanismus. Mit Turan ist die Einheit aller Turk-Volkern gemeint. Aber das ist Einheit. Von Innerasien bis zum Balkan. Das ist keine Technik. Sie bieten uns, ja. Also damit wurde der Grundstein für diesen Turanismus gelegt. Träumen ist erlaubt. Ja. Einer der Vordenker des Turanismus oder einer der bekanntesten Turanismus war ein gewisser Siagöck-Alp, der auch von dem auch der Satz stammt. Also wir reden nicht von 1923, wir gucken, der wird zu klein. Wir reden von 1929. Vordenker. Richtig, ne? Also in der Zeit des Osmanischen Reiches. Historisch sehr wichtig. Er erklärte, also ein Denker der Turanisten, vor die Flagge in der Hand, das Bajonett. Also vor die Flagge, die folge gesagt wird, vor die Flagge in der Hand, das Bajonett im Herzen Gott. Wir wollen Herrscher über die Welt sein. Wohlbekannt worden. Ich muss ja mal sagen, ich war jetzt bei diesem Götz Ali, bei dem Vortrag, warum Deutsche, warum die Juden, der klargemacht hat, dass das noch gar nicht von Anfang an rassistisch begründet war, sondern einfach mit der unterschiedlichen Bildung zu tun hatte, dass die Deutschen zu Jahrhunderten, halt auch jetzt 1999, sagen wir mal, die Zechen haben aufgemacht, Vorkschule kostete, und die Juden, weil die Tora wohl alle lesen konnten, die Jungs zumindest, und auch diskutiert haben, nicht jetzt wie die Bibel und den Koran nur da lesen, sondern auch darüber sprechen. Die hatten einfach einen höheren Bildungsstand, 16 Mal so oft an den Toren, was weiß ich nicht, dass die einfach dann da in Konkurrenz getreten sind. Der Typ hat, also dieser Referent, der Buchschreiber, dieser Götz Ali, der hat dann auch Parallelen gezogen zu den Türken und den Armeniern. In dem Moment, wo in Anatolien auch Schulen eingeführt wurden, haben die auch angefangen, noch mehr die Kurden zu verfolgen, weil die gebildeter waren. Gut, also 1998 kommt die Jugendlichen an die Macht. Und im gleichen Jahr wurden zum ersten Mal die sogenannten Türken Oczare gegründet oder ins Leben gerufen. Das Wort Oczak heißt ja eigentlich in der Übersetzung, in der Übersetzung als Herd. Kommt von drei Fuß. Also eben im Sinne von Herd. Herd. Die nationalistische Vereinigung wurde zum ersten Mal 1998 unter den Jugendtürken, Journalisten, Jugendtürk Oczar. Wieso ist die Begrifflichkeit von Bedeutung? Die Grauen Wölfe. Die sind ja Vereinigte in diesem Moment Idealistenvereinigungen. Idealistenvereinigungen. Und die Idealistenvereine heißen ja, man sagt ja nicht auf türkisch übersetzt, in der originalen Version, das Wort Verein im Sinne für Idealisten benutzt man nicht. In der Original, also in der Original-Wortschrift heißt es im Kü-Oczar klare, im Kü-Oczar. Also Herd der Idealisten. Um diese Verbindung, dass die Basis, wir reden nochmal über die MAP, und den Kaufwürfel, das ist unser Thema. 1908 werden die ersten Türko-Oczars gegründet mit dem Ziel, mit allen Mitteln, das Reich Turan, das heißt die Wege des Volkes, um das Ursprungsland der Rasse zu erreichen. Dann können wir schnell zum Innovieren des Ersten Weltkriegs kommen. Die Jugendtürken, wo standen die Jugendtürken? Welche Position hatten die während, oder welche Stelle haben die eingenommen in den Während des Ersten Weltkrieges? Die Jugendtürken standen auf der Seite Boschlands. Die Jugendtürken, schon auf der Seite. Die Jugendtürken hatten aber vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges den Plan gehegt, die Armenier auszuräumen. Die hatten vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges den Plan gehabt, die Anlass aus den armenischen Menschen auszuräumen. auszuräumen. 100.000 Armenier geben übrig von insgesamt 2 Millionen, muss man sprechen. Nein. Wenn wir von 1914 bis 1918 anschauen, das angefangen hat, also mit der Ausrüstung der Armenier, Genozid, zwischen 1914 und 1918 gab es auch in den kurdischen Provinzen sehr viele Aufstände, was noch historisch belegt ist, und in der Zeit wurden die Zahl des Schweinkönes zwischen 400 bis 7.000 Kornen bei den Aufständen durch Jugendtürken getötet worden sind, also auch von der Jugendtürken-Politik. Aber der Erste Weltkrieg hatte auch gleichzeitig, wenn man diese zeitliche Ebene besieht, auch das Ende des Osmanischen Reiches hat sich mit sich gebracht. Ja, gar nicht zeitlich. Da haben wir den Ersten Weltkrieg getötet. Vor der Grundung der Republik Türkei 1923 hat natürlich in einer Nacht-und-Lebel-Aktion angewacht. Er war bestrebt, mit Ende der Ersten Weltkriegs gegen die besogenen Kolonialmächte ein türkisches Bündnis zu organisieren. 1923 wurde die Republik ausgerufen und oberstes Prinzip der Nationalismus. als herrschende türkische Gesternverfassung. Ziel der Rocker Türkei war die Errichtung eines nationalistischen völkischen Staates mit dem Herrschafts- somit des türkismus. Herrschaft des türkismus bedeutet dann direkt oder unmittelbar die Existenz aller anderen Völkern wird negiert. Das bringt dieser Satz mit sich. Also ein komplett anderes Verständnis als im osmanischen Reich. Richtig. Wenn ich sage, ich grüße jetzt als Staat mit dem Türkismus das heißt das hat meine Gedanke weiter vor das unmittelbar so vor dass die Existenz von anderen negiert wird. 24 wurden dann die ersten polsischen Schulen in der Türkei verboten für Einigungen und Publikationen. Das heißt spätestens seit 24 existieren in der Türkei keine bis heute.